Royal Rangers 7, gut auf! Royal Rangers 7, nie auf! So, wir sind hier bei den Royal Rangers, christliche Pfadfinder in Wittenberg. Wir sind Teil einer großen Organisation in Deutschland mit mehr als 17.000 Kindern, die es seit 30 Jahren gibt. Wir haben letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir hier in Wittenberg haben zurzeit um die 50 Kinder und 12 Mitarbeiter, Juniorleiter, ab 15 Jahre und ab 18 Jahre kann man dann richtig Mitarbeiter sein. Was haben wir noch gemacht? Aufgaben. Genau, Aufgaben und Geschichten gibt es hier immer in dem Heft. Macht es euch Spaß? Ja! Das ist cool, ne? Also wir üben gerade hier für die Prüfungen, weil wir Knoten und Bünder ablegen müssen. Und das macht Spaß! Richtig! Wir haben Kinder ab der Altersstufe 6 Jahre bis 15 und arbeiten hier in Teams. Unsere Ziele sind, dass wir den Kindern Freunde sein können, dass wir Werte vermitteln, dass wir Kindern Herausforderungen geben und ihr Selbstwertgefühl wachsen kann. Wir glauben, dass unsere Gesellschaft ganz stark abhängig ist davon, wie die Kinder ihre Werte leben, wie die Kinder Werte vermittelt bekommen. Wir bauen hier ein Tor, da haben wir schon eins gebaut und wir wollen da noch ein zweites bauen. Und da bauen wir gerade. Wir haben da schon ein paar Stöcke zusammengesägt und die müssen wir jetzt noch zusammen Knoten. Geschichte zeigt, dass die Gesellschaft davon profitiert, wenn Kinder für die nächste Generation vorbereitet werden, in ihr Leben zu kommen, in ganzheitlich wachsen können und individuell auch in ihrer Persönlichkeit wahrgenommen werden. Generell ist es einfach ein total neues Lebensgefühl, wenn man sowas macht. Ich finde es auch cool, mit Kindern so zu arbeiten und das zu erleben, wie die halt so schnell so coole Sachen lernen. Schabaldi, 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 Sch Vielen Dank.